Der Anteil der Kraftstoffkosten an den gesamten Betriebskosten beträgt ca. 20%. Das Thema Kraftstoffeinsparung beschäftigt uns schon seit mehreren Jahren. Aus diesem Grund waren wir sehr daran interessiert, was uns die Firma Renault Trucks anbieten kann. Ziel ist es, dass alle unsere Fahrer an diesem Training teilnehmen. Bisher wurden ca. 50 unserer Fahrer geschult. Wir beobachten die Kraftstoffverbräuche unserer LKWs sehr genau und konnten im Verhältnis zum Vorjahr die Kraftstoffkosten um insgesamt 300.000 Euro verringern. Als man mir diese Schulung vorgeschlagen hatte, war ich sehr skeptisch. Im Nachhinein denke ich anders darüber. Ich habe während dieser Schulung viele wichtige Informationen über die Fahrzeugtechnik erhalten und wie ich meinen Fahrstil verbessern kann. Durch die Schulung verbrauche ich ca. 2 Liter Kraftstoff auf 100 Kilometer weniger. Die Infomax-Analyse hat mir gezeigt, wie ich meinen Fahrstil nach den Schulungen verbessern kann. Im Einsatz der Bremse, des Gaspedals, der Dauerbremse und des Einsatz des Tempomatens.